Das große Problem für Künstler wie mich ist, wie und wo verkaufe ich meine Werke. Es müsste eine professionelle Galerie geben, die man für einen kurzen Zeitraum anmieten kann. Und dann, ganz unkompliziert, mache ich da meine Ausstellung. Das müsste es geben. Ähm, das gibt's. Meine Kunst ist echt geil. Aber keine Sau sieht's. Ab jetzt schon. Rent-Your-Gallerie-de-A